Als Kind schaute ich immer gerne Abenteuerfilme oder auch Raumschiff Enterprise, liebte aber auch Serien wie Unsere kleine Farm und die Waltons, in denen Geschichten aus einer mehr oder minder heilen Welt erzählt werden. Ich liebte diese Filme. Leider gibt es heutzutage solche Produktionen nicht mehr. Den Kindheitserinnerungen im Erwachsenenalter nachhängend versuchte ich mit einer der Hauptdarstellerinnen aus der Serie Kontakt aufzunehmen. Und ich hatte Erfolg. Seit vielen Jahren bin ich jetzt mit Mary MacDonald befreundet. Mary spielte die hübsche, sommersprossige Erin Walton in der Serie. Als Mary ihre Biografie Lessons from the Mountain veröffentlichte, schickte sie mir ein signiertes Exemplar, worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe. Als Dankeschön dachte ich mir, könnte ich ihr und ihrer Co-Autorin ein kleines Klavierstück schreiben. Und in diesem Klavierstück sollte natürlich das musikalische Thema aus der Wortenserie vorkommen. Ein Thema, das ihr sicher alle kennt. Dieses Thema kommt in meinem Stück vor, wird aber romantisiert und durch eigene Ideen ergänzt. Als Visualisierung habe ich im Hintergrund dieses Videos die Noten eingeblendet. Noten, die ihr gerne erwerben könnt, wenn ihr das Stück einmal nachspielen möchtet. Ich hoffe, euch gefällt meine Bearbeitung. Ich hoffe, euch gefällt mir, wenn ihr das Stück einmal nachspielen möchtet. Ich hoffe, euch gefällt mir. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.